Ich muss jetzt mal duschen. Ich fühl mich wie ein Ölfleck auf zwei Beinen. So siehst du auch aus. Richtig mitkommen. Ja, du kannst mir ja den Rücken schrauben, wenn du möchtest. Den Rücken. Was ist denn hier los? Ist ein bisschen leer, oder? Ein bisschen leer ist ein bisschen untertrieben. Hallo? Miriam? Anna? Sonst jemand? Überraschung! So eine Verlobung ist ja wohl ein Grund zum Feiern, oder? Ja! Woher wusstet ihr das? Ganz blöd sind wir ja auch nicht. Und da haben wir uns gedacht, wenn ihr aus dem Hangar schon so ein Geheimnis macht... Na, dann lohnt es sich vielleicht mal vorbeizuschauen. Er hat's gelauscht! So würde ich das nicht nennen. Wir? Wir haben nur aufgepasst, damit euch keiner stört. Ja! Wie können wir das wieder gut machen? Mit der Lokalrunde! Lokalrunde! Ja! Champagner für alle! Falls du dich erinnerst, den führen wir hier gar nicht. Mist. Sekt für alle! Hey! Juhu! Ich freu mich für euch. Wirklich. Also... Ihr seid das absolute Trampa. Freut mich, das zu hören. Wo ist denn eigentlich Luise? Die ist duschen gegangen. Rigo? Ich glaub, du musst ein neues Fass anstechen. Ja, ich komm sofort. Ja! Der Laden! Der ist äh... Der heißt... Slam Flash! Ach ja, richtig! Und wie komm ich da hin? Und Natalie, hast du gestern lustigen Mädelsladen? Ja! War gut! Ich wollte das hier noch vorbeibringen. Ja! Eine Winkelkatze und Helena reicht erstmal. Ja! Danke! Ja, gerne!